Ich weiß, dass jeder Eintracht-Fan im ersten Spiel Hattrick geschossen hat. Bis jetzt, ich denke, sieben oder acht Spiele haben wir es geschafft, im ersten Spiel drei Tore zu schießen. Ich bin nervös wie fast nie in meinem Leben. Ich kann euch ein bisschen was zeigen, hier in der Kneipe und so. Ich bin Martin Fennin, ehemaliger Fußballer, mit einem Jahr Profi-Fighter. Ich glaube, sie sind nicht so. Ich glaube, sie sind nicht so.